Ich möchte euch oder sie hier sehr herzlich begrüßen, hier im Grottekeller und es ist leider nicht sehr oft, dass wir hier musizieren können, aber möglicherweise ist es heute Abend passiert und morgen Abend genau so. Und wir haben hier die Gruppe, die heisst Bebop und ich möchte die Musiker vorstellen und zwar am Drams, Mr. Colin Dunhoff. Auf dem Chlobby, Mr. Hal Barfein von Augsburg. Auf dem Trumpet, Mr. Tom Archer von Hansbach. Er ist sehr gut kennengelernt hier in Hansbach, ein excellent Trumpet-Player. Und ich, oder ich, heisst Gary Gunzebel, sondern Bass. Also heute Abend, wir haben eigentlich hier ein Jam Session Abend und das heisst, dass wir noch ein paar Lieder hier spielen werden und dann jeder Musiker, wer eigene Lust hat, kann mitspielen. Und es geht heute wahrscheinlich bis zwei oder wir werden es schon sehen. Also, ich wünsche euch viel Spaß und recht gute Unterhaltung, ok? Stefanie! Als nächstes mal an! ... ... Alexa! Musik 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 Musik